So, hallo lieben, Christian Schermeyer, Paterauer, Beziehungscoach. Es gibt einen neuen Kurs, Resilienzkurs, Immunsystem der Psyche und ansonsten findest du mal eine Arbeit rund um Bindungsangst, Verlustangst, Dating auf Liebeschiff.de. Und ich antworte mal wieder auf einen Kommentar auf YouTube. Das war unter dem Video, soll ich ihr nach zwei Jahren eine neue Chance geben? Das glaube ich ganz viele beschäftigt, triggert dieses Thema. Klar, wenn man liebeswichtig ist, will man nichts lieber als wieder schön zurück in die Sucht irgendwie. Und ich finde es ein sehr spannender Kommentar hier. So, meine Beziehung liegt schon acht oder neun Jahre zurück. Acht oder neun Jahre. Viele Jahre, zweimal drei Jahre, null Kontakt. Zwei Treffen mit Aussprachen. Leben am anderen Ende der Republik. Beide Therapien gemacht. Letzten Endes jetzt immer noch wieder Kontakt, immer noch liebefühlbar, Wertschätzung, Gespräche mittlerweile jetzt regelmäßig am Telefon und besser als früher. Ohne Hai. Es hat einfach nie aufgehört, trotz so vielen Jahren. Ich habe übrigens, habe ihm auch früher vertraut, apropos Kanarienvogel. So ein Gag aus dem Video. Aber wir haben es einfach nicht zusammengekriegt. Irgendwann traurig aufgegeben, nach vier Jahren. Stell aber fest, irgendein Band ist da. Ja, offensichtlich. Sonst würde ich ja nicht reden. Scheinbar immer noch von beiden Seiten, obwohl es hundertmal hätte vorbei sein können. Hm. Was ist das? Für mich ist das toxische Beziehung, sage ich ganz ehrlich. Weil ihr seid immer noch nicht zusammen. Und das ist genau, was ich sage. Du machst, beide machen Therapie x Jahre und beide brechen den Kontakt nicht ab. Und was kommt dabei raus? Müll. Für mich ist es Müll. Also nicht, dass die Menschen, ihr seid tolle Menschen bestimmt. Und ich glaube, dass ihr das beide probiert. Aber für mich ist es Beziehungsmüll. Weil ihr habt keine Beziehung. Es ist einfach nur, es ist immer noch, auch nach den ganzen Jahren, Telefon. Fantasien, Liebessucht. Und einfach ganz ehrlich, wir sind ja auf dem Abenteuerspielplatz. Und ich habe wirklich absoluten Respekt dafür, wenn Menschen sagen, das ist mein Leben. So möchte ich mein Leben verbringen. Dass ich mich abracker. Mein ganzes Leben an einer Beziehung und wir eigentlich kommen wir nie zusammen. Und ist okay. Und vielleicht kann man bestimmt auch was dran lernen. Aber es ist, ja Müll ist vielleicht zu viel gesagt. Also es ist, aber es ist, was kann ich das sagen? Es ist keine reale Beziehung im Hier und Jetzt. Sondern es ist immer noch in so einem Fantasieraum. Was könnte sein, aber es passiert nicht. Und meiner Ansicht nach vertändelt man Zeit damit ohne Ende. Und das, was ich immer wieder sage, On-Off-Beziehungen gehen nicht zu Ende. Die gehen nicht zu Ende. Ihr könnt das immer wieder machen. Immer wieder neuen Anlauf. Und es geht wieder auseinander. Es geht wieder auseinander. Es geht wieder auseinander. Es geht wieder auseinander. Und ja, mir tut das richtig leid. Also auch für die Schreiberin hier. Und weil es ist immer noch so eine Fantasie, das, weiß ich nicht, an der man so festhält. Und ich weiß nicht, wer das seht. Könnt ihr gerne mal schreiben. Aber es ist nach dem ganzen Anlauf, nach der ganzen Arbeit, die natürlich nicht umsonst ist. Also ich denke, mit einem neuen Partner wäre das für euch beide besser. Hängt man immer noch an dem Alten und hängt an der Schleife fest. Und ich kann das kaum ertragen manchmal, weil ich das so schade finde irgendwie. Aber ja, wenn das vielleicht so einen Stahlgeruch hat von normal oder so soll es sein, dann hängt man da total drin fest. Und ja, und das, was man ja auch sehen kann, ihr arbeitet euch vor. Ja, es gibt nicht mehr die Highs und was weiß ich. Obwohl ich, ja, bin nicht sicher, ob es da keine Highs mehr gibt. Aber du sagst, ihr versteht euch besser und was weiß ich. Aber ihr habt immer noch keine Beziehung. Und warum, warum immer wieder an dem Alten rumdoktern, wenn doch das On-Off zeigt, dass man nicht kompatibel ist. Und mich hat man neulich immer gefragt, ja, aber kann man sich nicht verändern? Ja. Aber das ist, nehmen wir mal an, du hast ne, ich bin jetzt kein Suchtexperte, aber nehmen wir mal an, du hast ne Alkoholsucht. Ne, und da kannst du auch, dann hörst du auf und wirst trocken und machst Therapie und machst dies und noch ne Therapie und A-A-Gruppen und ich weiß nicht was. Dann gehst du doch auch nicht daher und sagst, ja, prima, jetzt hab ich die Therapien gemacht, jetzt kann ich, jetzt kann ich ja wieder, jetzt kann ich ja Alkohol trinken, ne? Ist ja alles aufgearbeitet. Nein, warum nicht? Weil diese Bahnen da oben immer noch vernetzt sind, so. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man zu jemandem, mit dem man mal liebessüchtig war, dass man mit dem auf einen grünen Zweig kommt. Nicht, dass man sich nicht verändern kann. Äh, aber, äh, wenn man sich, äh, positiv verändert hat, ist auch das Heil weg, ne? Und man ist immer noch nicht in einer gesunden Beziehung. Naja, könnt ihr mal sagen, was ihr dazu sagt und, äh, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.